es ist auch schon wieder zu Let's Play Working Dead jetzt war er auch Paul Zombies von den Geflüten und jetzt haben wir den Axt frag ich mich noch wie ich jetzt so hochkomme und die Gäse nach hinten, in case this goes to hell okay, und ich bin gerade hinter dir alles klar das in Ordnung ist wir werden es sehen ich glaube das wird schief gehen oh, das wird schief gehen und super ohne große Anstrengung haben wir es geschafft die gestreckten Schwierigkeiten you might want to break through that board first oh ja gut oh jetzt stop, just stop I'm coming out you're hurt oh god I said stay away we need to get you help it's too late for that guys, she's been bitten what? I told you I said go away I'm bit but you wouldn't just leave let's calm down let's calm down you could be fine I won't be fine my boyfriend was bitten you get sick and you die and you come back and you kill anything you can find you have a boyfriend? Lynn I don't want that it's not Christian please just leave me please go ok, gehen wir ok, we'll leave just try to take care of yourself for whatever time you have left wer besser you have a gun so can I borrow it? what do you mean borrow? give it to me? I can just you know end this and then there's no problem whoa, whoa, whoa please I don't want to be one of them they're they're satanic hmm ganz keine Waffe haben we can't let you do that to yourself then do it for me we need to get going give it to me please this is crazy please step back it's just two seconds just one bullet and I can be with my family and it will I'll be fine miss back up please this is schlecht why is she bescheuert ah could I be relieved for such dumb ah nah yeah take it easy we just want to help you can't miss just relax now you need to think this through we'll find you a doctor it'll be okay let's all just no 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 Ja, natürlich kommen Es kommen natürlich alle, wo der Schuss gefallen ist Hm, Pillen gibt es auch noch Ja, mach das Gehen wir mal mit ihr Oh, so Gehen wir mal mit ihr Ja, ich weiß Ich weiß Wir sind die Motorraditionen Wie kann es so schlecht sein, so schnell? Du kennst, wenn die Dinge auszutauschen Menschen machen verrückt Ich glaube, aber das ist nicht ich Ich bin nicht aufzuhören Nicht für nichts Gut, Mann, gut Ich glaube, sie wirklich wollte das Schuss Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? People can't be given up. This will pass. I'm with you. I'm glad to hear it. What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everett's a few times. Sorry, I mean the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Isn't that the truth? Hmm. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Huh. Yeah, right. Bestimmt. So, dann heißt es jetzt... Clementine... Ne, Carly. So rum. Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. Better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. Yo. Dann gehen wir jetzt raus. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Okay. Let's have a look around. Okay. Dann machen wir es jetzt. Puppi und was. Puppi und was. Yeah, I used to fiddle around with stuff like that when I was a kid, but there's not much to do with it now. Man, I miss my robots. You're a strange guy, Doug. I know. I can't reach that brick. Hmm. Is this? That place is full of TVs and electronics. Hmm, what the way? I think you can do anything with this. You know what I could do. What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Ho, ho, ho. I memorized all the codes when I was in AV. Let's try it. Tatsache. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Say it already hasn't. Und jetzt hat er da 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 da. I got a few of them to take notice. Oder auch nicht. Ich muss ein Programm senden da rein. Irgendwas lautes. Those TVs are on. And I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Oh. I can't reach that brick. Okay, let's just take it. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need to go home, right? Nah, just a few seconds. Das ist doch mein Bruder. Maybe there's a waiting to distract them and buy you some time. Yeah, that's a hasty fortification. Yeah, it didn't work. Hmm... Wie ist Bruder? Das ist ein Aufmachen. Ich glaube, ich muss das jetzt aufmachen. Nee, das sieht doch nicht, oder? Das ist mir. Das ist nicht funktioniert. Ich war ein Kind. Ich bin ein Kind. Aber das ist nicht so. Ich weiß, Doc. Doc, du willst du diese Tür auf? Ich habe das. Du hast das. Ich bin ein Kind, oder? Nein. Hat jemand es niemals? Schau, Mann. Es gab viele Dinge, die hier in die Tür versucht haben. Und jetzt können wir nicht zurück nach der Straße gehen. Wir sind auch mit einigen egregiosen Feuerkode-Volationen. Toll. Kann ich die Tür nur mit dem Scheiß aufbrechen? Und wenn ich das mache, das ist so viel zu laut. Warte. Vielleicht ist drinnen etwas. Die Dinge, wie TV. Oder zumindest der Gericht davon. Wenn sie lauter wären, könnten wir die Straße kosten. Ich kann mich nicht erreichen. Jetzt gehen wir zurück ins Gesicht. Okay. Gehen wir erstmal kurz rein. Vielleicht ist da ja ein Schlüssel oder so, oder was ähnliches. Hier muss irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Wenn ich will die Tür nicht mit einem Hammer aufbrechen, dann haben wir keinen Schutz mehr. Jetzt ist alles meldet. Irgendwo muss doch ein Schlüssel rumliegen. Ja, ein Riegel. Vielleicht save ich es für einen von den Kindern. Ja, das weiß ich auch. Vielleicht kannst du ja was rausnehmen. Glückwunsch, da gibt es nichts, was ich hier brauche. Wie geht's? Geht's? Gibt's keine Schlüssel, oder so? Mit der in Riegel gehen, oder? Ich glaube, es hakt wohl. Na gut, brechen wir die mit der Axt auf. Willst du gehen und schauen uns nach außen? Lass uns schauen. Okay. Geht ja jetzt nicht anders. Ich will da nur in den Ziegelstein. Jetzt einschlagen, wenn's geht. Jetzt aber, oder? Komm schon. Geht dorthin. Ja, los. Dann gehen wir jetzt mal schnell hin. Beide auf. Beide auf, will you? Bruder. Und sei ruhig, Alter. Und jetzt... Geht nicht anders. Bruder. Nochmal. Jetzt... Drop doch mal. Endlich. Hey Kumpu. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Hey, Kumpu. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Toll. Und jetzt kommen die rein, oder was? Oh, Gott. Mann, das war zu nah. Aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was wichtig ist. Fällt jetzt rein, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe die Löwen. Great! Gott, du bist unglaublich. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Oh, no. Was? Wir müssen hurry. Was? Ach so. Oh. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt kommen die ganzen Zombies. Zombie. Zombie. Ein Schraubenzieher auf dem Rücken hier. Schlecht. Körbester. Duck. Come on, baby. Time to go. I'm gonna get the truck pulled up, round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alleys, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Hier geht's! Guys, die Tür ist nicht mehr geschlossen! Du drei, aufhören! Ich werde zurück, wie schnell ich kann! Bleib von den Fenstern! Drei, ich brauche deine Hilfe, bitte! Hey, Li! Wenn wir das nicht durchführen, dann müssen wir wissen, dass ich... Ich denke, du bist ein großartiger Typ. Wir werden das durchführen! Doug, wenn wir das nicht durchführen, dann müssen wir das nicht durchführen! Du musst wissen! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Okay, dann! Kymintan! Kann man sich etwas zu finden, etwas ganz starkes? Okay? Okay! Ja! Und... 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 Ah! In den Stock! Und rein! und... Dann... Wenn... Ich will nach! 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 Was mache ich jetzt? Ich möchte eine Frau beginnen! Jo, retten wir Kali. Jetzt will ich jetzt ein guter Schutz sein. Jo, gehen wir. Ganz schnell. Sie... Sie... You gotta move! Er hat den Schraubenzieher. Was? Warum? Ah... I'm not letting somebody else get eaten today. Oh, especially, dass du wirst, wer helft. So ein Arschloch. Im Präger hier oben. Hm, ne gut, dann machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich hab ein Schraubenzieher. Ich hab das mal wieder. Also... Ich hab das mal wieder.